In den vergangenen Jahren gab es die wunderbare Tradition des lebendigen Adventskalenders. Menschen aus unserer Gemeinde haben zu sich nach Hause eingeladen, wir haben bei diesen Menschen zu Hause einen Tag im Advent begangen, abends, wir haben Geschichten gehört, wir haben Glühwein getrunken, wir haben ja Kekse gegessen, in diesem Jahr geht das alles nicht, aber wir wollen trotzdem nicht darauf verzichten, es wird den lebendigen Adventskalender geben, aber diesmal in digitaler Form. Ab dem ersten Dezember wird sich jeden Tag auf unserer Homepage ein Türchen öffnen. Menschen aus unserer Gemeinde haben kleine Filme gedreht mit Liedern, Musik, mit Worten, mit kleinen Geschichten und vielem Liebevollen, was so in die Adventszeit hineingehört. Lassen Sie sich überraschen! Musik Musik